Meine Damen und Herren, wir haben die zweite Folge am Start von unserem wunderbaren Dark Souls-Tagebuch. Ich bin wieder da, Dom Schott auch. Hallo, Dom. Hallo. So kam man ja sehr verschüchtert. Ja, also ... Das Spiel hinterlässt Zeichen bei mir auf jeden Fall. Sehr schön. Wir sprechen heute jetzt über so den zweiten Abschnitt unserer Spielerfahrung. Das ist ungefähr so das Durchqueren der Undead Burg, also der Burg der Untoten, bis hin zum Taurus-Demon, dem, würde ich jetzt mal sagen, ersten großen Endgegner, im Spiel. Hast du den schon bezwungen, Dom? Nee, 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 nee. So weit sind wir noch nicht. Ich hab den einmal sehen dürfen, einmal in den Konflikt gewagt und danach wurde ich so was von an die Burgwand geklatscht von ihm und danach war ich nur noch jetzt in einem Grindfest versunken, das mich bis in die Nacht hineingeführt hat, aber dazu gleich mehr. Alles klar. Also zur kleinen Erinnerung, in der ersten Folge, wir haben das Undead Asylum durchquert, wir waren die Helden, wir haben da alles platt gemacht, dank unserer Vorschulung in Demon's Souls. Ja, wir sind ja jetzt quasi frisch von der Demon's Souls-Uni, sind wir bei Dark Souls angestellt worden und es lief eigentlich am ersten Tag alles super. Ähm, dann wird man also jetzt nach Lordran tatsächlich gebracht, eine riesige Krähe trägt uns dorthin und wir starten dann am Feuer, Feuerband-Schrein heißt der auf Deutsch, im Firelink-Schrein in die eigentliche Spielwelt. Hier beginnt jetzt eigentlich das eigentliche Spiel. Das ist der zentrale Ort, dieser Feuerband-Schrein, also eines dieser Leuchtfeuer im Spiel. Und da führen nun verschiedene Wege weg. Das muss man auch erst mal schnallen. Das ist ja ein Spiel, wo man erst mal gerne die Umgebung erkunden soll. Hast du schon, wie schnell hast du gesehen, dass es dort verschiedene Optionen gibt, wo es jetzt langgehen könnte? Also zuallererst war ich mal schockiert, denn ich komme ja, wie gesagt, von Demon's Souls und da ist dieser Safe Space, sage ich mal, ne? Dieser Ort, an dem man dann erst mal zum ersten Mal verschnaufen kann, der heißt dort Nexus und ist tatsächlich ein Ort, der getrennt ist vom Rest der Spielwelt, von den restlichen Leveln. Das heißt, du wirst förmlich dazu eingeladen, dir deinen Schlafsack auszurollen und zu sagen, so, das war ein Tag, morgen ist auch noch einer, jetzt mach ich erst mal Pause. Und hier ist dieser Safe Space, und das sind die größten Anführungszeichen, die ich nun mir irgendwie zusammenbasteln kann, einfach angebunden an den Rest der Spielwelt. Es geht fließend über in die kommenden Level. Es gibt keine Trennwand, keinen Schutz dazwischen. Und das hat mich erst mal schockiert. Also das war erst mal das Erste, was ich gesehen habe. Da dachte ich mir, ach du liebe Zeit, ich sehe da hinten schon wieder irgendwelche Skelettkrieger rumhopsen, obwohl ich ja hier sicher sein soll. Das fand ich erst mal erschütternd. Es ist ja weiterhin ein Safe Space. Es gibt quasi diese schon Areale, da ist dann kein Gegner, da kommt kein Gegner auch hin. Aber man sieht sie, und das ist ja das Schlimme. Ja, genau, du bist nicht mehr derart isoliert, ne? Strukturell ist das anders. Das ist sowieso ganz interessant. Jetzt greife ich ein bisschen vor, aber man merkt dann schnell, wenn man sich umschaut, ach, hier führen viele Wege weg. Und dann als Nächstes aber, oh, ich kriege aber überall auf die Fresse, außer bei einem. Das heißt also, eigentlich so strukturell, das ist zumindest der bisherige Eindruck, ist Dark Souls fast genauso linear, wenn man das so will, wie in den Demon's Souls. Und auch in Demon's Souls war ja nicht streng linear, sondern da war's ja auch so, es gab diese Archstones und die enthielten verschiedene Abschnitte. Und dann wollte das Spiel, dass du aber hin und her springst zwischen denen, wenn's bei dem einen so schwer wird im dritten Abschnitt, bei dem anderen mal im ersten Abschnitt anfangen. Und das ist von der Struktur her, glaub ich, genauso. Nur eben diesmal mit einer offenen Spielwelt. Also diese Open World ist in der Hinsicht nicht wirklich ein Strukturwandel, wie das in anderen Spielen ist. Und einfach immer so, Spieler, du bist der Mittelpunkt des Universums, geh hin, wo du willst, mach, was du willst. Das will dir gar nicht diese Freiheiten im Begehen und Bewältigen der Welt geben. Dark Souls will eigentlich nur diese ästhetische, räumliche Qualität haben und nutzt sie dann halt durch sein Level-Design mit diesen verschlungenen Abkürzungen. Viele, die dich dann am Firelink-Schrein wieder ausspucken und du denkst, ach krass, jetzt bin ich wieder hier. Aber er hat schon, glaub ich, eine sehr klare Vorstellung davon, in welcher Reihenfolge du welchen Weg gehen sollst. Ich hatte Glück, ich hab, glaub ich, dann direkt den Weg gefunden, der der Gedachte ist in diese ... Wie heißt das? Ja, 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 in diese Castle ... Undead Burg ist das, ja, ja, genau. Ach so, ja. Also die Burg der Untoten. Nee, also ihr habt tatsächlich so was gefunden. Aber ich bin also nicht direkt da hingegangen. Da hab ich tatsächlich vorher was anderes gemacht. Und zwar dieser ... Also, sag mir noch mal, wie heißt dieser Ort, wo wir da sind? Das ist der Feuerband-Schrein. Ja, aber wie ... Da steht ... Lord ... Warte mal, das heißt ... Lordran heißt es. Das ist doch so, das ist doch, das ist wie ... Das ist das Land der Lords, also Lordran. Das ist so ein bisschen wie Anobtanium im Avatar für das schwer zu kriegende Mineral. Okay, also ich sag einfach bei der Feuerstelle, da war meine erste Mission tatsächlich für mich selbst. Also, nachdem ich mich erst mal übrigens total geärgert hab über die NPCs, die einfach die schlimmsten Ratgeber in so einer Welt sein können, die man sich wünschen kann. Weil du gehst da hin, fragst dich ja eh schon, was das alles soll. Du bist aus einem Kerker rausgegangen durch die Hilfe anderer. Du wurdest von einem Ritter zu einer Mission geschickt, der danach gestorben ist. Jetzt bist du hier und fragst die Leute, Leute, was ist denn los? Was mach ich denn hier? Und dann kommt da nur einer oder sitzt vielmehr da und sagt dir auf die maximal mysteriöse Art und Weise, ja, du musst jetzt zwei Glocken läuten. Eine ist ganz weit unten in Blighttown. Ein Name übrigens, den ich kenne von Let's Plays und ich weiß, dass das schlimm wird. Und einer, der ganz weit oben ist, auf der Church of the, ne, irgendwo eine Kirchtour musste hoch. Und das fand ich erst mal ganz nett, weil das so eine schöne, also davon abgesehen, dass ich mir gerne mehr Infos von dem NPCs erhofft hatte und er dann einfach still war, finde ich erst mal so diese Mission ganz nett. So, du musst einmal ganz weit nach oben und dann musst du ganz weit nach unten. Das fand ich nett. Aber dann hab ich erst mal diese Ruinen erkundet. Denn, wir alle wissen natürlich, ich hab ja jahrzehntelang Archäologie studiert, die Faszination für alte Mauern, die liegt mir im Kopf. Und dann musste ich da erst mal rumkrabbeln und hab versucht zu überlegen, was könnte es denn mal gewesen sein. Und ich kam auf keinen grünen Nenner. Also ich bin auch kein Experte für diese Mauern, die da rumstehen. Das ist ähnlich in meiner Zeit, wenn man da mit Mittelalter oder so rechnen würde. Aber ich kam nicht drauf, was das mal sein sollte. Und das war schon so die erste Kopfnuss, mit der ich mich da herumgeschlagen hab, bis ich dann irgendwann gesagt hab, gut, jetzt spiel ich mal wieder das eigentliche Spiel. Ja, aber siehste, genau deswegen war ich jetzt so entsetzt. Weil ich finde, wenn man an dem Scheißfeuerband-Schrein startet, so rein aus einem Spielerführungsgedanken, das Erste, was du siehst, was irgendwie groß als ein signifikantes Landschaftsmerkmal dort erscheint, sind diese Ruinen vor dir. Die führen dich allerdings dann weiter zum Friedhof. Und der Friedhofsabschnitt hat mir mal erst mal so richtig den Hosenboden strammgezogen. Da war ich gar nicht. Da hab ich gar nicht gefunden. Das sind so Knochen am Boden, aus denen sich dann Skelette zusammensetzen. Oh Gott. Wenn du da am Anfang unvorsichtig hinläufst, auch immer gleich zwei auf einmal. Die verfolgen dich dann auch, wenn ich bin dann sofort erst mal so, ah, fliege die Treppe hoch, dann rannten die hinter mir her. Und die machen richtig viel Schaden. Und meine Güte, die haben mir so richtig den Arsch versüllt. Und ich so, fuck. Ja, vielleicht wird's jetzt so richtig schwer. Vielleicht war das doch nur ... Weißt du, da kam sofort ... Wir sind ja, rein aus dem Unded Asylum bin ich ja raus, mit stolzgeschwellter Brust. Ich war mir sicher, jetzt ist alles geregelt sozusagen. Ja, ich hab hier alles, inklusive Reiserücktrittsversicherung, schon abgeschlossen. Das Ticket zum Ende des Spiels ist doch schon gebucht. Und dann sofort umgepflügt wie ein Acker. Und dann ist der eigentliche Weg, den du einschlagen sollst zu dieser Burg der Untoten, der ist halt so rechts. Das geht so ab und dann den Hügel hoch und sonst irgendwas. Und da hab ich auch wieder gedacht, das ist doch Absicht, das ist doch Absicht, ihr Schweine. Ja, ihr wisst genau, dass ihr mich da erst mal wieder ins Messer laufen lasst. Aber gut, vielleicht bin das auch wieder nur ich, wenn's bei dir gleich geklappt hat. Ja, ich weiß nicht. Ich meine mich doch zu erinnern, und da hab ich jetzt leider keinen Screenshot irgendwie gemacht, wenn man in diesen Bereich kommt, wo das Lagerfeuer und all das ist, dass man, also dass das Spiel einen dort so hinsetzt, dass man zuerst auf diesen, also dass man zuallererst den NPC sieht, der an dem Lagerfeuer sitzt, dass man dann weiß, zu dem geh ich jetzt mal hin und frag. Und dann sieht man ja so schräg hinter ihm diese leichte Steige in den Bereich, wo man zuerst gehen soll. Ist das nicht so? Also ich hab mich da tatsächlich sehr offensichtlich hingezogen gefühlt. Wahrscheinlich ja. Also jetzt auch selbst in meiner Erinnerung, ich hab das Gefühl, man muss erst ein Stück nach rechts laufen. Ja. Also es gibt natürlich Dinge, die du in der Ferne siehst, da ist schon diese Brücke, die du sehen kannst und so was. Du kannst schon sehen, dass da was ist. Aber das ist halt in der Ferne. Und für mich war es halt so, dass offensichtlich platzierte große Gebäude vor mir, da soll ich hin. Das ist so ein Ding auch wieder, wo ich das Gefühl habe, so klassische Instrumente der Spielerführung sagen, geh gerade aus. Da ist ja auch gleich ein Typ, der dir dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaub, der will dir Zaubersprüche verkaufen. Und ich so, nee, danke, brauche ich nicht. Mit Magie habe ich nichts am Hut. Wir werden nicht ins Geschäft kommen. Da sitzt die Riesenkrähe irgendwo, die dich hergetragen hat da oben. Die hab ich alle nicht gesehen, ey. Ja, muss mal. Hab ich nicht gesehen. Nicht immer nur auf die eigenen Füße gucken, Shot. Nee, auf die Mauern geguckt. Ich bin durch die Ruinen da geklettert, wie so ein Maulwurf. Ja, wahrscheinlich, ja. Da warst du schon viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwelche Tonbasen abzustauben und zu katalogisieren. So ein Mist, das hab ich nicht gesehen. Bin sofort losgerannt, ey. Versehentlich einmal durch die Vasen gerollt. Oh nein. Oh Gott. Jetzt aber schnell. Bevor speichern. Schnell inventarisieren. Na ja, also das war, na ja. Als ich dann aber gemerkt habe, wo es denn lang gehen soll, dann lief's wieder gut. Und ich merk jetzt übrigens auch schon, wie wir drüber spielen, ein Merkmal dieses Spiels ist ja diese Wiederholung. Also du läufst da irgendwo lang, dann läuft's vielleicht auch mal gut, aber du scheiterst, irgendwann stirbst, und dann läufst du den gleichen Weg noch mal und kommst beim zweiten Mal hoffentlich einfach ein bisschen weiter. Es ist krass, wie gut ich diese Abschnitte im Kopf habe. Ich kann dir wirklich jeden Zentimeter von dem Feuerband schreien zum ersten Bonfire, dem ersten Leuchtfeuer, in dieser Burg. Das könnte ich dir minutiös, könnte ich dir das auflisten, ja. Geht da rechts den Berg hoch, dann kommt da zuerst der eine Skelettkrieger, weiter hinten, bisschen versetzt hinten, ist der andere, mit dem der auch ein Schild bei sich trägt. Meistens fällt der eine Typ von oben noch runter, aber nicht immer, ja. Die beseitigst du als Erste. Oben steht einer, der wirft so Feuerbomben, da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist links neben ihm einer mit der Axt und rechts oben auf der Treppe ist auch noch einer. Ja, und so könnte ich jetzt wirklich das Ganze weitermachen. Also das ist schon krass. Ich glaube und kann mir gut vorstellen, dass ein Teil auch der überschwänglichen Liebe sozusagen für diese Spiele daherkommt, dass man unweigerlich qua ihrer Machart hinterher eine Bindung, eine Intimität, eine Vertrautheit mit dieser Spielwelt hat, die hab ich sonst fast nie. Mhm. Ja, also ich hab diese Vorerfahrung alle nicht gehabt. Das war für mich ja alles das erste Mal. Die hat sich dann durchaus eingestellt, weil ich später vor allem viele Wege neu gelaufen bin. Aber hier bin ich tatsächlich auch einen Weg immer wieder gelaufen und zwar vier, fünf, sechs, sieben Mal freiwillig aus einer Motivation heraus, die ich nicht von mir kannte, die neu für mich ist. Nämlich, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff überhaupt gibt, ob ich den richtig wiedergebe, weil der so selten in meinem Vokabular auftaucht, weil ich gewinmaxed habe. Heißt das so? Geminmaxed. Minimummaximum, ja. Ach Gott. Dieser Begriff ist mir so fremd normalerweise. Also so zu spielen, dass man optimale Bedingungen für sich selbst schafft, normalerweise emotionalisiere ich ja so spaziergangsweise durch die Welt. Aber hier, pass mal auf, ich habe ausgehend von dem ersten Lagerfeuer gegrindet. Richtig knallhart. Oh, direkt. Ja, pass mal auf. Ich kam in der Welt an und hatte aus der Tutorial-Insel genug Seelen dabei für zwei Level-Ups. Habe ich natürlich sofort in den rechten und linken Armmuskel reingepumpt, um stärker zuzuschlagen. Und dann dachte ich mir, Moment mal. Ich stand in dem Lagerfeuer und wirklich habe eine Minute lang nachgedacht. Mein Kopf ging quasi immer vom Lagerfeuer wieder dann in die Spielwelt zurück und links und rechts und links. Und da habe ich verstanden, ich kann ja zu diesen ersten fünf Skelettdödels gehen, die kaputt hauen, zurück zum Lagerfeuer, die paar Meter, neu meine Flakone, meine Estus-Flakone aufladen, meine Health Potions, und dann respawnen ja auch die Gegner. Und dann kann ich da hin und das einfach ein paar Mal wiederholen und so lange, bis ich wieder 800, 900 Seelen zusammenhabe für das nächste Level-Up. Und das habe ich gemacht, zwei, drei Mal sogar. Und ich habe mir beim Spielen gedacht, mein Gott, ich habe noch nie ein Spiel auf so eine Art und Weise gespielt wie jetzt. Entweder das ist der Ruf von Dark Souls, der mich zu sowas zwingt, weil ich einfach versuchen will, dieses Spiel zu lösen, oder es ist eurer Einfluss auf mich, weil ihr macht sowas immer und ich habe sowas noch nie gemacht. Und jetzt mache ich das zum allerersten Mal. Also ich mache sowas nicht freiwillig, ich hasse eigentlich alle Formen von Grind. Aber Jochen macht sowas. Ja, Jochen hat eine größere Faszination für das Optimieren von Charakterwerten als ich. Das darf man nicht generalisieren. Aber Dark Souls ist, bei mir ist es auch so, das ist aber echt ein positiver Effekt, dadurch, dass das Spiel, oder zumindest, dass du immer denkst, das Spiel ist jetzt sehr schwierig und wird sehr schwierig sein oder wird demnächst bestimmt wieder einen Gang zulegen, ist natürlich immer die Entscheidung, wo investiere ich diese Attributspunkte. Das hat eine größere Bedeutung dadurch alleine schon. Bei mir war es auch so, ich habe halt direkt, wie gesagt, eine Charakterklasse wieder genommen, die mit einem ganz guten Stärkewert startet. Und dann habe ich diesmal auch da, also ich so, okay, also eigentlich erst mal jetzt in die Ausdauer investieren, weil die bestimmt auch, wie viel kann ich hinterher ablocken, bevor ich Schaden nehme, gestaggert werde und sonst irgendwas. Du wirst ja jetzt durch diese Startparameter erst mal stärkemäßig gut ausgestattet sein, jetzt erst mal bei der Ausdauer aufholen. Und dann sofort so, ja, aber mehr Stärke würde ja wahrscheinlich so deine Time to Kill, also dadurch fallen die Gegner schneller um. Und bei Gruppen ist es wichtig, dass du schnell aus 2-1 machst. Und solche Überlegungen, das findet halt auch wirklich nur statt, wenn es eben eine Relevanz im Gameplay hat. Und bei vielen anderen Spielen ist es so, na, was ist das? Das wird schon, ja? Dann stecke ich es halt mal 5 in Charisma, ist egal, ich komme klar. Ich spiele momentan, die Leute werden gleich wieder durchdrehen für Wut, weil ich das Spiel erwähne, aber ich spiele momentan immer noch begeistert Assassin's Creed Valhalla. Und da habe ich manchmal, also vor allem mittlerweile, so Momente, wo ich erst nach einer Stunde merke, dass ich hier vier Skillpunkte übrig habe und dann so, ach, guck mal, ich kann hier auch mal wieder investieren. Das wäre ja hier nicht auszudenken. Also wenn ich hier sehe, ich rechne dann schon mit, dass ich genug wieder für Level-Up übrig habe, da renne ich aber sowas von zurück und investiere das, ey, aber hallo. Ja, ja, genau. Das ist sowieso die Abwägung. Jetzt ist es Zeit, ist es nicht besser zurückzugehen? Ist es nicht besser, jetzt die Schäfchen ins Trockene zu bringen? Das ist wirklich meine, die größte Faszination. Dark Souls ist ja da, wie sage ich immer wieder, wunderbar, weil es halt so ein bisschen mit dem, mit so einer, weißt du, mit so einer widersprüchlichen Verlust-Aversion arbeitet. Einerseits will ich meinen Fortschritt nicht verlieren, andererseits will ich aber auch meine Seelen nicht riskieren. Und, aber beides gleichzeitig geht nicht. Du musst dich halt immer zwischen diesen beiden entscheiden. Bei mir war es diesmal dann so, natürlich, nachdem ich da auf dem Friedhof so richtig schön aufs Maul gekriegt habe, aber sobald ich gemerkt habe, ah, das ist jetzt der richtige Weg, da war sofort das Selbstbewusstsein wieder hergestellt. Ach ja, nur den falschen Weg eingeschlagen, alles klar, verstehe, gut, 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 dann habe ich mich also doch nicht getäuscht und ich habe es raus. Und das ging relativ gut bis zu dem ersten Leuchtfeuer dort. Und direkt hinter diesem Leuchtfeuer, da kommt eine schmale Burgbrücke, die in so einen, weiß nicht, wie nennt man diese Dinger, diese Türmchen da, da wird es bestimmt einen Fachausdruck geben, den du vielleicht kennst, auf jeden Fall, da führt es irgendwie in die Burg wieder rein. Und das ist, das ist, oh, ich bin da auch, ich bin da so blöd und so oft gestorben, dass das Fiese an dieser Passage ist, du läufst diese schmale Brücke, das heißt, die limitiert deine Möglichkeit zum Beispiel auszuweichen. Da ist weiter oben ein Gegner, der wirft wieder diese Feuerbomben auf die Brücke runter. Was du übrigens zwar wissen kannst, weil du hörst das Geräusch schon vorher, ist ja immer wichtig bei diesen Spielen auf die Geräusche zu achten, den Teil hatte ich schon wieder vergessen, obwohl mir Demon's Souls das beigebracht hat. Auf jeden Fall, der wirft diese Brandbomben darunter und dann aber, sobald du diesen sicheren Raum betreten willst, diesen Turm, der dich ja schützt vor dieser Bombardierung, dort sind aber zwei Gegner, die dir dann sofort entgegengestellt werden. Und das lief wirklich so, André läuft über die Brücke, dann so, oh, ein Gegner, vorsichtig stehenbleiben, blocken und zack, Brandbombe im Gesicht. Ja, und dann so, Das sind sogar mehr als zwei, die in diesem Raum warten, da sind doch vier sogar dann insgesamt, die da rumstehen. Ja, ja, jein, es sind so drei eigentlich, aber der dritte kommt eigentlich nur, wenn du wirklich tief reingehst. Ja, deswegen weiß ich das auch, weil, also, ich hab da lange Probleme auch gehabt, bis ich dann verstanden hab, wie man das wirklich lösen soll. Ich glaube, die optimale Herangehensweise ist die, du rennst über die Brücke, wenn gerade nicht geworfen wird, du gehst kurz in diesen Raum rein, hältst quasi die Schwertspitze rein, damit du die Gegner pullst, dann rennst du wieder zurück raus und dann laufen die alle einzeln über die Brücke und dann kannst du die relativ entspannt erledigen. Ich hab das vorher die ganze Zeit auf die genau andere Weise versucht zu lösen. Ich bin mit geschlossenen Augen und schreiend über die Brücke gerannt, in den Raum rein, hab mich an die Wand gestellt und gesagt, so, ich kämpf jetzt bis zum letzten Lebensbalken, weil raus kann ich ja nicht mehr. Und es hat einfach nie geklappt und es war ganz schlimm und deswegen weiß ich auch, dass da so viele Gegner drin sind und da dann so mal herauszufinden, wie man das lösen muss, das hat bei mir gedauert und zum anderen mir auch was offengelegt, was ich bei Demon's Souls nie so bewusst, also so extrem wahrgenommen hab, dass dieses Spiel Dark Souls ein richtiges Puzzlespiel ist. Du hast immer wieder so kleine Dioramen, so Szenen, so Abschnitte im Level, die du lösen musst, wo du hingehst und siehst, ah okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann ziehe ich vier Gegner ran, die folgen mir, ich könnte bis dorthin laufen, da hab ich einen Vorteil und das kam mir immer wieder wie ein Puzzle vor. Und da die einzelnen Lösungen für die Puzzleteile zu finden, das ist so die Hauptbeschäftigung gewesen, wo ich auch immer noch dran sitze. Also dieser Abschnitt, also in dem gesamten Bereich, ich hab die Brücke natürlich dann geschafft, aber in diesem ganzen Areal, diese Burganlage, ich bin da immer noch nicht gut durchgekommen, bis auf ein einziges Mal und das war auch irgendwie Glück. Die Burg ist auch von allem, was ich bisher gespielt habe, der Level, ehrlich gesagt, der für mich das geilste, verschachtelte Design hat. Es gibt da ja diese eine Passage, die hast du auch schon beschrieben, wo Fässer vor einer Möglichkeit stehen, wo man einfach eine Etage runterspringen kann, dann geht's unten in so eine kleine Passage, das sind so ein paar Untote und dann geht hinten eine Leiter wieder hoch, da ist auch, glaube ich, dieser Hinterhall, wo die Untoten so links und rechts über die Mauern geklettert kommen und das führt, glaube ich, dann wiederum auf ein Dach und von dem Dach aus kannst du in die erste Etage eines Gebäudes springen, wo du vorher immer dich gefragt hast, wie komme ich denn da hoch? Ich hab immer gedacht, da ist so eine kaputte Brücke zwischen zwei Gebäudeteilen. Ich dachte immer, wenn ich's nur gut genug time, kann ich einfach über diesen Abgrund springen auf der gleichen Ebene, hat nie funktioniert. Dann gerafft, ach, eine Etage höher geht das also. Dann geht's rechts einmal ab, da stehen so zwei Skelettkrieger mit Speeren, die sind auch am Anfang echt ziemliche Schweine, wenn man noch nicht, ne, ist immer so neuer Gegnertypus, anderer Angriffsmodus, andere Verwundbarkeiten, immer schwierig, die Speere mit ihrer hohen Reichweite, da hab ich am Anfang auch erst mal ein bisschen was einstecken müssen. Die durch die Wand sogar durchglitschen manchmal, ey, was soll das denn? das ist so, das ist halt auch das, was ich meine. Also Dark Souls ist in Teilen, finde ich echt noch vom Polish her, nicht so geil. Also, ich hab ja schon öfter mal beschrieben, dieses Nachkorrigieren. Zum Beispiel, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, ist, da ist ein Gegner, diese Standard-Skelettkrieger, die mit dem Schwert kommen, die haben diesen Sprungangriff, der enorm viel Distanz überbrückt, womit sie dich am Anfang auch schweinisch überraschen können. Da hast du auf einmal, zack, das Schwert im Gesicht, denkst du, wieso kannst du das, wieso bist du so schnell, du bist doch ein Zombie, Zombies machen sowas nicht. Und wenn er, da hab ich Situationen, da setzt er zu diesem Sprungangriff an, ich bin inzwischen erfahrener, ich sehe den Anfang dieser Animation, ich weiß, was jetzt kommt. Zwischen mir und ihm ist eine Burgmauer, die dann so im 90-Grad-Winkel eine Ecke macht. Und ich weiß, wenn der jetzt gerade auf mich zuspringt, bleibt er in der Burgmauer hängen. Was macht das Spiel? Das fährt ihn dann wie auf Schienen links um diese Mauer auf einmal herum. Er ist in der Luft, wird aber nach links verschoben und springt dann nach vorne weiter und trifft mich trotzdem. Und das sind die Momente, wo ich mir denke, nein, das ist einfach schlecht, das ist scheiße. Voll, voll. Auch überhaupt viele der Standardangriffe jenseits dieses Extrems, die sind so ruckartig. Jetzt gerade bei diesen Skeletten, die sind so ruckartig. Du kannst eigentlich gar nicht auf dein reines Reaktionsvermögen dich verlassen, wie ich das bei Demon's Souls noch das Gefühl hatte. Du musst hier schon einfach wissen, hier startet gerade eine Angriffsanimation, ich muss schon mal das Schild heben oder mich zum Ausweichen bewegen, weil nur so zu taxieren und nur zu gucken, wo es das Schwert des Gegners gerade ist, bringt in dem Spiel nicht. Dafür ist es viel zu ungenau und zu ruckartig einfach. Es ist zumindest, mit zunehmender Spieldauer erkennt man das dann alles. Ja, klar. Aber dann beim ersten Mal natürlich, wenn du es unvertraut ist, wenn du einfach nur auf Reaktionsfähigkeit baust, meine reicht dafür zumindest nicht aus. Also ich kenne Leute, die können das. Wie gesagt, mein Bruder, der kann bei sowas dann auch, wenn er das nicht kennt, der kann da hingehen und in Bruchteilen dann doch noch schnell irgendwie reagieren. Aber dafür, da bin ich, was sowas angeht, was so dieses Twitch-Gaming angeht, Twitch im Sinne von so Fast-Twitch-Muscle, bin ich einfach zu schlecht. Auf jeden Fall, bei diesen beiden Sperrkriegern führt eine Treppe runter, da geht's zu einem Händler und dann geht's da auch nochmal verschlungen weiter und du kommst auf einmal doch wieder da irgendwo raus und gibt's auch eine lange Leiter, die am Schluss wieder hochführt. Das ist halt geil. Also wie, dass wie so eine Puzzlebox miteinander verwoben ist, ist geil. Und diese Szene an der Brücke übrigens, meine Standardlösung ist auch, erst mal schreiend über die Brücke, rennen, aber dann direkt im Eingang stehen bleiben und dann, je nachdem, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Gegner getriggert werden, man sieht dann ja schon, wenn du schon siehst, dass die Angriffsanimation läuft, erst mal den ersten Angriff blocken, wenn du Angriffe blockst, ist der Gegner ja meistens kurz gestunnt und dann einfach Gegenangriff und tot. Oder aber, wenn sie noch nicht anfangen mit dem Angriff, ich bin schneller als mit der Ausrüstung, die ich habe. Ich benutze so eine Standard, herkömmliche Axt immer, die ist relativ flott und ich versuch auch immer da so ein bisschen meinen Ausrüstungslevel niedrig zu halten und keine zu schweren Waffen auszurüsten. Geschwindigkeit ist für mich immer wichtig in den Spielen, damit ich ihnen nämlich bei Angriffen zuvorkommen kann. Ich weiß, wenn ich die zuerst auslöse oder auch nur wirklich einen Bruchteil einer Sekunde nach dem Beginn ihrer Animation auslöse, ich bin trotzdem als erster fertig, ich treffe zuerst und damit unterbreche ich ihren Angriff. Und damit haue ich dann die ersten zwei weg und dann geht es tiefer in den Raum rein und dann erst den dritten triggern. Das darf nicht passieren, der dritte darf nicht dazu kommen. Es gibt in dem Areal zwei erhobene Zeigefinger vom Entwicklerteam, denen ich begegnet bin und die mich momentan immer noch am meisten beschäftigen. Einen davon konnte ich quasi abbrechen. Der eine ist nämlich ein Ritter, ein, wie heißt der, Turmschildritter oder so. Der ist im Erdgeschoss eines Turms natürlich. Und diesen Turm betritt man auf so einem Mittelgeschoss. Dann hat man die Möglichkeit, nach oben zu gehen und nach unten. Ach, das ist der mit dieser komischen Keule? Ja, ja, genau. Oh, das ist furchtbar. Mein Spielinstinkt sagte mir, nach oben wird es schwerer, deswegen gehe ich erst mal nach unten. Deswegen bin ich nach unten gegangen. Dann tauchen auch schon die ersten von Spielern geschriebenen Botschaften auf. Vorsichtig, viel Glück, stell dich auf was ein. Ich dachte mir, ich bin ja der, der schon Gewinnmeister direkt am Lagerfeuer, ganz am Anfang, in dem Safe Space. Was soll mir hier passieren? Bin da runter und da unten steht im Grunde ein Mensch gewordener Panzer. Das ist ein Typ, der hat ein riesengroßes Schild, einen Ritter, hat eine riesengroße Keule, eine Plattenrüstung, alles sieht wie aus Metall gegossen aus. Und der hat mich halt einfach so gefaltet, ich hatte keine Chance. Also, der hält was aus, da kann ich backstappen, da kann ich parieren, da ist keine Chance. Das war der erste, das war der erste erhobene Zeigefinger, den musste ich stehen lassen. Und jetzt kommt's. Meine Erfolgsgeschichte zum zweiten erhobenen Zeigefinger habe ich heute Nacht noch erlebt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Es gibt in diesem Areal noch einen zweiten Ritter. Das ist, der ist weniger gepanzert als dieser erste, das ist auch eine andere Art von Ritter, der bewacht da einen kleinen Durchgang. Den habe ich entdeckt und auch bei meiner ersten Konfrontation gemerkt, boah, der schenkt mir auch ganz schön ein. Der hat ein großes Schild, der hat ein großes Schwert, wirkt aber insgesamt zum einen Agida, zum anderen dann doch irgendwie schaffbar. Und dann habe ich Folgendes gemacht, André, und da bin ich so stolz auf mich, weil auch das, da habe ich das Spiel ausgenutzt. Da bin ich zu ihm hingelaufen und nachdem ich gemerkt habe, im direkten Zweikampf habe ich keine Chance, der macht zu viel Schaden, der ist zu krass, habe ich den gepullt, der ist mir dann nachgelaufen und dann bin ich von dort, wo ich ihn getroffen habe, zurückgelaufen zu meinem Lagerfeuer, habe mich ans Lagerfeuer gesetzt, meine Flakone aufgeladen und meinen Gesundheitsbalken und habe direkt am Lagerfeuer mit ihm gekämpft. Bestimmt eine Viertelstunde lang immer im Kreis gelaufen, dann mal gebackstackt, gefühlt zwei Schaden gemacht und das so eine Viertelstunde lang und dann war der Tod. Dann habe ich seine Ausrüstung bekommen und festgestellt, kann ich nichts von ausrüsten, weil ich noch zu schwach bin. Ach krass, das ist cool, dass das geht. Voll. Dieser Black Knight, also genau, zwei dieser Turmschildritter, furchtbar. Ich habe den einfach stehen lassen. Ja, ich will die Ausrüstung. Ja, weißt du, aber das ist so ein Fall, du gehst hoch, oben siehst du die Nebelwand, du weißt, oh oh, wahrscheinlich Endgegner. Ich auch, so alles klar, dann gehe ich halt erst mal unten lang. Haha, ja, Endgegner mache ich jetzt noch nicht, ich bin ja nicht blöd, erst mal gucken, ob man nicht noch leveln kann. Ja, und dann bin ich dem Kerl in die Arme gelaufen und dann hat der mir auch ganz schlimm, ganz schlimm und ich habe sofort gesagt, nein, nein, nie wieder. Ich habe den einfach stehen lassen, das war's, ja, irgendwann später, ich komme wieder, wenn ich Level 50 bin und dann sprechen wir uns und bei dem Schwarzen Ritter, den habe ich tatsächlich auch gepullt, aber nur die Treppe hoch zu diesem Innenhof, weil das das erste Areal ist, wo mehr Platz ist. Du triffst den ja unten in so einem engen, schmalen Gang, da kannst du ihn übrigens direkt am Anfang backstappen, wenn du schön langsam hinschleichst und der dich nicht zu früh bemerkt, erst mal den ersten Backstep reindrücken, dann, ja, wie ein Wiesel schnell zurück und flüchten, die dritten die Treppe wieder hoch und dann auf diesem Innenhof, dann habe ich mich immer zum Duell gestellt, auf die Idee mit dem Leuchtfeuer bin ich gekommen, die ist eigentlich ziemlich clever. Ja, pass mal auf, das habe ich ja nicht aus einer taktischen Finesse heraus gemacht, die Ursprungssituation war, hohoho, ich habe jetzt hier ein bisschen gegrindet an den Skeletten, jetzt schaffe ich diesen komischen Ritter da, aber easy, der da rumsteht, bin hin, gebackstappt, gemerkt, ich mache nix Schaden und dann bin ich wirklich nachts um halb eins hier schreiend vor Panik weggelaufen und habe gehofft, dass der Pull nachlässt und er hat nicht nachgelassen und das sind Horrormomente, die kann ich in meinem Gänsehaut-Format hier bei Nepotma besprechen, wenn du dich umdrehst und du siehst den immer noch dir nachrennen und du weißt, du hast hier gerade 4000 Seelen im Rucksack, der läuft immer noch nach und dann gehst du in ein Treppenhaus runter, Treppen hoch und der kommt immer noch und dann bin ich zum Lagerfeuer, habe auf die X-Taste meine Zunge draufgeknallt, weil ich gehofft habe, wenn ich in diesen Aufladebildschirm reingehe, wo das Spiel so kurz resettet wird, dass der auch resettet wird, nee, er stand neben dem Lagerfeuer, als ich wieder zurückkehrte aus diesem Bildschirm und dann musste ich gegen ihn kämpfen und dann habe ich gewonnen und das ist die eigentliche Geschichte. Ich hätte aber auch gedacht, dass der dann auch zurückgesetzt wird. Nee, er stand da. Ich habe dann richtig gesehen, wenn man an einem Lagerfeuer sitzt und diese Auffrischung macht, dann verplasst ganz kurz die Spielwelt und er war dann auch weg und wenn dann die Spielwelt so langsam wieder zurückkommt, sah ich schon seine Silhouette und da habe ich geschrien, ey. Oh Gott. Oh Mann, das ist echt hart. Nee, bei mir, der hat schon einiges an Blutschweiß und Tränen gekostet. Das war so ein Fall, aber da habe ich auch so ganz schicksalsergeben dann gedacht, so okay, musst jetzt halt einfach dem seine blöden Bewegungsmuster noch ein bisschen besser kennenlernen und ich habe dann, da habe ich ein Feature gelernt oder wiederentdeckt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, bei Demon's Souls war das eigentlich auch schon so, dass bei dem war es für mich sehr wichtig, ihn backsteppen zu können, weil das halt sehr viel Schaden macht und ansonsten habe ich halt immer nur so ganz kleine Stückchen von seiner Gesundheitsleiste weggehauen und dann dauert der Kampf viel zu lange und langer Kampf bedeutet viel Zeit, in der André Fehler machen kann. Backstaff ist daher wichtig, weil sie diese Zeit verkürzen und das Ding ist ja, du kauerst sonst immer hinter deinem Schild und aber wenn du hinter dem Schild kauern versuchst, den Kerl zu umrunden, um ihm in den Rücken zu fallen, bist du meistens zu langsam, außer er ist gerade nach einem schweren Angriff noch in so einer Verhaar-Animationsstufe, das gibt dir ein bisschen Zeit, aber wenn ich das Schild zwischendrin, wenn ich mich traue, den Schildbutton einmal loszulassen und das ist sowas, da musst du erstmal diese psychische Blockade überwinden, dein Schild runterzunehmen, dann bist du schneller und wenn du das dann lernst, dieses Spiel, Zwischenspiel, wann muss ich jetzt mal das Schild runterlassen und dann schnell hinter ihn kommen, das war dann der Schlüssel da zum Erfolg. Ja und dann halt, wie gesagt, dieses Areal wird gekrönt von diesen Minotaurinnen, da kommt man dann durch diese Nebelwand, die du schon beschrieben hast, wenn man diesen Turm ganz nach oben geht, durch, man ist ja schon psychisch drauf eingestellt, hier wartet offenbar gleich eine große Konfrontation, die wird oft angekündigt durch diese Nebelwände und dann ist es halt wirklich so, du bist auf so einem Wehrgang oben auf den Burgmauern, links und rechts Zinn, du hast nicht viel Möglichkeiten zu manövrieren und da steht er einfach Minotau und ich habe mich ans Tutorial erinnert, also Kudos Tutorial, dass man es ja diesen Sprungangriff gibt und bin sofort auf die Spitze des Turms geklettert und habe mich dann oben hingestellt und gewartet, dass der sich unten brav positioniert hat, bin ihn auf den Kopf gesprungen und habe gedacht so, das ist ja jetzt Instant Kill, das ist ja quasi, da habe ich dem Spiel gezeigt, ich weiß noch, was ich im Tutorial gelernt habe, das war halt gar nichts. Ich habe ihm halt quasi die Haare geschnitten gefühlt und mehr ist nicht passiert und dann hat er mich auch gegen die Wand gekloppt, als ich versucht habe, direkt wieder hochzugehen und nochmal einen Sprungangriff zu machen und das war meine einzige Berührung bisher mit dem Minotaurin, danach bin ich da nie wieder hingekommen. Seitdem grinde ich nur durch dieses Burgareal und versuche stärker zu werden. Okay. Dann sage ich jetzt, wir machen hier den Cliffhanger. Ich erzähle noch nicht, wie ich ihn heldenhaft besiegt habe, aber ich kann jetzt schon versprechen, ja, ich habe ihn geradezu mühelos besiegt. Quasi die Hände hinter dem Rücken hatte ich. Oh nein, ich ahne schon was. Ich ahne es schon. Ich ahne es tatsächlich. Oh Gott. Aber das erzähle ich dann erst beim nächsten Mal. Dann soll es das gewesen sein, meine Damen und Herren. Das war es mit dem Dark Souls Tagebuch für dieses Mal und Sie hören uns dann beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich dann so, ja, mal gucken, so je nachdem, wie weit dann Dom wahrscheinlich in der Undedten durchgespielt ist. Ja, das kann natürlich sein, dass wir das nächste Mal sagen, ja, fertig. Ich weiß nicht, was alle haben. Easy peasy. Ja, wir haben den zweiten jetzt schon mal angefangen. Ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das war es für dieses Mal und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal, sage ich immer, das wäre jetzt eine Doppelung gewesen. Bis zum nächsten Mal. Das war es für uns. Jos, wenn wir ihnen Vielen Dank.